Ja, grüß dich. Thema Seilspringen. Wenn du meinen Kanal ein bisschen verfolgst, dann hast du vielleicht gesehen, dass ich ein großer Fan vom Seilspringen bin. Da ich oft so Kurzvideos hochlade. Also ich habe das Seilspringen für mich entdeckt. Ich habe so Leidenschaft entwickelt und mir gibt es einfach wahnsinnig viel. Und deshalb habe ich so ein bisschen das Bedürfnis, ein Video darüber zu machen. Aber ich habe jetzt einfach mal so einen Artikel im Internet rausgesucht. Das ist jetzt von Nike. Ich verlinke das dann später. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt da, ich lese so ein bisschen. Wir lesen das mal alles durch. Ich gebe ein bisschen meinen Kommentar, ein bisschen meinen Senf dazu ab und dann sehen wir einfach mal, was am Ende dabei rausspringt. Also, da sind wir. Ich verlinke das dann, den ganzen, damit das sich jeder durchlesen kann. Also, was sind die Vorteile vom Seilspringen? Vom Verbessern der Herzgesundheit bis hin zur Verringerung von Angstzuständen kann Seilspringen ein wirklich effektives und angenehmes Kardiotraining sein. Ja, das kann ich also absolut unterschreiben. Das ist absolut super Kardiotraining nämlich. Seilspringen ist nicht nur was für Kinder. Die Übung ist vielseitig und wird oft als Warm-Up oder sogar als Hauptbestandteil des Workouts selbst eingesetzt. Mike Matthews, ESSA-Zertifizierter Personal Trainer und Autor von Muscle4Life, get lean, strong and healthy at any age, sagt, dass Seilspringen sich nahtlos in fast jede Workout-Routine integrieren lässt. Man kann in einem langsamen, gleichmäßigen Tempo-Seil springen, wenn man es als Steady-State-Kardio-Übung mit niedriger Belastung nutzen möchte oder man kann die Intensität mit Techniken wie High Knees oder Double Unders, wenn das Seil zweimal pro Sprung unter den Füßen durchläuft, erhöhen. Wenn man es für ein High-Intensitätstraining nutzen möchte, sagte er. Und wenn man unter Zeitdruck steht und ein effektives Full-Body-Workout sucht, ist Seilspringen eine hervorragende Lösung. Da gebe ich dem Mann absolut recht, weil ich merke es, wenn ich jetzt springe und ich mache jetzt diese Double Unders, also diese doppelte Sprünge, dann merkst du sofort, wie sich der Herzschlag erhöht, wie es richtig an die Pumpe geht. Also du kannst echt, du kannst das Tempo variieren, du kannst es langsam machen, aber wenn du Double Unders machst oder ein bisschen was, diese Crossings, dann merkst du ganz, ganz schnell, oha, das geht voll in die Belastung. So, weiter, wo sind wir jetzt hier? Die repetitive Bewegung beim Seilspringen kann nicht nur die Herzfrequenz erhöhen, die Muskeln in Armen und Beinen trainieren und Kalorien verbrennen, sondern auch für einen kurzen Freudentaumel sorgen. Wenn dir Seilspringen Spaß macht, wirst du wahrscheinlich dranbleiben. Mhm, absolut. In einer Studie im Journal Frontiers in Psychologie von 2020 stellte sich heraus, dass jede Form von physischer Aktivität, die als angenehm und stimulierend empfunden wird, dazu motivieren kann, öfter Sport zu treiben. Außerdem ist Seilspringen eine sichere Übung für Menschen jeden Alters, genau, eine 2018 in der Fachzeitschrift Sports Medicine veröffentlichte Meta-Analyse von neun Studien ergab, dass bis zu drei Trainingseinheiten Seilspringen pro Woche mit jeweils drei Sätzen von zehn Sprüngen pro Satz, gefolgt von 60 Sekunden Pause nach jedem Satz bei Erwachsenen über 50, die Kraft verbessern können. Wichtig ist allerdings, dass die Studienteilnehmer Sternchen innen... Oh Gott, wenn ich diese Scheiße sehe... Du schüttelst mich, Katz. Teilnehmer-Männchen innen... An keinen Krankheiten litten, die die Bewegung beeinträchtigen könnten. Sprich auf jeden Fall mit deinem Arzt, um zu entscheiden, ob Seilspringen eine effektive Übung für dich ist. Nein, sprich nicht mit deinem Arzt. Was für ein Arzt? Braucht keinen Arzt. Seilspringen ist eine effektive Übung. Fertig. Beachte diese Tipps, bevor du mit dem Seilspringen beginnst. Wenn du schon länger kein Seil mehr in der Hand hattest, beginne mit einem, das die richtige Länge für deine Größe hat. Ja, natürlich. Macht Sinn. Stell dich mit beiden Füßen in die Mitte des Seils, halte dann in jeder Hand einen Griff und heb sie mit gestreckten Armen auf Brusthöhe. Ente das Seil, die Stelle, wo der Griff auf dem Seil steckt, unter den Achseln, dann hat es die richtige Länge. Ja, gut, das mit der Seillänge ist sowas. Ich finde es auch irgendwo individuell und es kommt auch ein bisschen darauf an, was du für eine Übung machst. Ich finde, die optimale Seillänge ist die, wenn du merkst, dass du beim Springen den Boden ganz minimal berührst, beziehungsweise nicht berührst und ganz locker das Seil durchkommt. Das ist die optimale Seillänge in meiner Auge. Such dir dann einen festen Boden für deine Übungen. Böden wie Beton oder Asphalt können eine Option sein, aber sie können auch deine Gelenke belasten, ja. Wenn deine Einheiten lang sind und du Probleme mit den Knöcheln, Knien, Hüften oder dem Rücken hast, so Matthews weiter. Im Idealfall machst du deine Workouts auf einem dichten Gummi- oder Hartholzbelag, wie man ihn normalerweise aus dem Gym, vom Spielplatz oder Tenniscourt kennt, ja. Ist auch wieder, ja, so wie sie schreiben, eigentlich individuell. Ich habe auch hier so eine Matte. Ich springe ganz gern auf der Matte rum, weil die Belastung dann nicht so groß ist. Wenn ich aber jetzt auf meinem Holzboden springe, dann merke ich, dass, ja, da kann ich die Intensität auch leichter erhöhen. Natürlich, weil du hast das Abspringen dann wieder nicht so schwer, wie wenn du jetzt auf dem Gummi stehst. Ja. Wo waren wir hier? Stefanie Mensur, AFAA-zertifizierte Personaltrainerin, ASFA-zertifizierte Meilsinräume, empfiehlt, aufrecht zu stehen und den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule zu ziehen, um die Körpermitte zu aktivieren. Ja, aufrecht stehen ist immer, immer, äh, zu empfehlen. Halte die Griffe des Seils fest, aber nicht zu fest, sagt sie, wenn du mit einem oder zwei Beinen springst, lande, mit einem weichen Knie, also nicht mit gestreckten Beinen. Ja. Wenn ich auch unterschreibe, stattdessen rät sie, das Knie zu beugen, damit die Kniegelenke nicht so stark belastet werden, wenn das Bein nach jedem Sprung auf dem Boden landet. Matthews fügt hinzu, dass es ein typischer Fehler ist, zu hoch zu springen. Ja. Absolut. Man muss überhaupt nicht hoch springen. Ähm. Ist überhaupt nicht notwendig. Belastet zu arg, äh, die Gelenke. Bleibe auf den Fußballen und springe jedes Mal nur etwa drei bis vier Zentimeter vom Boden hoch. So wird die Bewegung effizienter. Die Gelenke werden geschont und man kann längerseits springen, ja. Ist absolut so. Außer jetzt wie beim, beim Double Under. Da musst du halt notgetrunken, logischerweise, ein bisschen höher springen, damit das Seil zwei Mal durchflutschen kann. Aber beim normalen Springen nur so hoch springen, wie es überhaupt, ähm, notwendig ist. Wenn du nicht so hoch springst, kann dies die Wucht des Aufpralls bei jedem Sprung verringern. Mensur betont auch, wie wichtig es ist, es am Anfang langsam anzugehen und fürsorglich mit dem Körper umzugehen. Ich würde den Leuten empfehlen, mit 60 Sekunden oder 60 Sprüngen zu beginnen, sagt sie. Nimmt man das Seilspringen nach längerer Zeit wieder auf, ist es ganz normal, nicht gleich Fortschritte zu machen und vielleicht frustriert zu sein. Und sie versichert, dass man im Handumdrehen wieder in Schwung kommt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich habe es bei mir gemerkt, der Körper braucht schon, der Körper braucht schon, die Gewöhnung dort drauf und wenn du das gerade am Auffang, die ganze Belastung, wenn du das nicht gewohnt bist und du belastest dann deinen Körper über die Grenze hinaus, dann wird er ganz schnell sagen, halt, stopp, mein Freund. Aber wichtig ist dann trotzdem, trau zu bleiben und den Körper an die Belastung weiter drauf zu gewöhnen und dann irgendwann, ich merke es jetzt bei mir, ich bin jetzt, ich springe jetzt seit, steht es auch schon, Jahre jetzt. Mir macht die Belastung jetzt nicht mehr so viel aus und ich kann, ich kann stundenlang springen und das ist das Schöne dabei. Die Vorteile vom Seilspringen, jetzt wird es auch interessant. Seilspringen kann die Herzgesundheit fördern. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Seilspringen eine sehr effektive Methode ist, um die kardiovaskuläre Fitness zu verbessern und den Blutdruck zu senken. PhysiotherapieforscherInnen führten 2019 eine experimentelle Studie mit jungen Männern durch, bei der eine Gruppe zwölf Wochen lang zweimal täglich Seilsprang, während die andere Gruppe ihr übliches Trainingsprogramm absolvierte. Als Ergebnis zeigte die Seilspringgruppe eine statistisch signifikante Verbesserung der VO2 Max oder einen maximalen Sauerstoffverbrauch, ein Maß dafür, wie viel Sauerstoff der Körper während des Trainings verbraucht. Eine andere zwölfwöchige Studie, die vom European Journal veröffentlicht wurde, ergab, dass Seilspringen bei jungen Mädchen mit Bluthochdruck eine positive Wirkung auf zahlreiche Risikofaktoren im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte. Darunter Körperzusammensetzung, Entzündung, Blutdruck und Gefäßfunktion wie Blut und Lymphe im Körper zirkulieren. Seilspringen verbessert die Koordination. Italienische Wissenschaftler innen stellten eine Gruppe von vorpubertären Fußballspieler innen zusammen und wiesen einen Teil von ihnen an, acht Wochen lang vor dem Training Seil zu springen. Die Ergebnisse ihrer 2015 oft sehr im Journal auf Sport, Science und Medizin veröffentlichte Studie zeigen, die jungen seilspringenden AthletInnen hatten eine bessere motorische Koordination und ein besseres Gleichgewicht als ihre nicht springenden Teammates an. Seilspringen verbessert das Gleichgewicht und die Stabilität im Unterkörper Sommensur Die Knöchel- und Kniegelenke stabilisieren sich bei jeder Bewegung. Der Hauptgrund dafür diese Übung fordert eine gute Hand-Augen-Koordination denn die Füße müssen lernen immer wieder kleine und schnelle Sprünge zu machen. Außerdem arbeiten die Knie und Hüfte mit den Knöchelgelenken zusammen da der Körper das als Ganzes arbeitet um wiederholt zu springen fügt sich hinzu. Ja das ist einfach das ist eine Ganzkörperübung Seilspringen das ist eine Ganzkörperübung der ganze Körper auch der Kopf der Geist alles ist gefordert und ich bin so froh das Seilspringen vermischt entdeckt zu haben das ist einfach nur ein Segen ich bin so dankbar das ist absolut genau meine Trainingsübung was ich gesucht habe und gebraucht habe weiter geht's drittens Seilspringen kann die Knochendichte aufbauen und aufrechterhalten Wahnsinn es hat sich gezeigt dass Seilspringen die Knochendichte erhöht was besonders für Menschen in der Perimenopause also im Übergang zur Menopause wichtig ist in einer Studie im Jahr 2021 wurden junge olympische Schwimmerinnen beobachtet die zweimal pro Woche zwei neue Übungen in ihr Programm integrierten Seilspringen und Vibrationstraining dabei sitzt steht oder liegt man auf einem vibrierenden Gerät nach 22 Wochen zeigt die Testergebnisse die Schwimmerin eine erhöhte Knochenmineraldichte an der Lendenwirbelsäule die Hüfte den Hüften und den Nacken sowie eine Verringerung der Körpermasse im Unterkörper eine randomisierte kontrollierte Studie aus dem Jahr 2015 in der American Journal of Health Promotion veröffentlicht wurde zeigt außerdem dass Frauen zwischen 25 und 50 Jahren zweimal täglich zwischen 10 und 20 mal Seilsprange mit 30 Sekunden Erholungsphase zwischen den All-Sessions nach 8 Wochen einen signifikanten Anstieg der Knochen Mineraldichte in der Hüfte verzeichneten sehr interessant Viertens Seilspringen erhöht die Laufgeschwindigkeit Aufgepasst LäuferInnen Eine 2021 veröffentlichte Meta-Analyse von 21 Studien stellte einen Zusammenhang zwischen Sprungtraining und schnelleren Laufzeiten zwischen 2 und 5 Kilometern fest Mehr als 500 Erwachsene zeigten signifikante Verbesserungen der Sprung- und Spring-Performance der reaktiven Kraft ein Maß dafür wie hoch eine Athletin oder ein Athlet nach der Landung abspringt und Laufökonomie ein Maß für mehrere Merkmale zum Beispiel Cardio Respiratorischen und den Grundumsatz Weitere Studien die in einer Ausgabe des Internet aus dem Jahr 2020 veröffentlicht wurden kamen zu ähnlichen Ergebnissen LäuferInnen die sich durch 10 bis 20 Minuten Seilspringen aufgewärmt haben verbesserten ihre Zeit auf 3 Kilometer deutlich mehr als diejenigen die sich nicht über Seilspringen aufwärmen genauer gesagt nutzten die Studienteilnehmer ihnen über einen Zeitraum von 10 Wochen 2 bis 4 mal pro Woche ein Springseil fürs Warm-up insgesamt 10 bis 20 Minuten pro Woche Fünftens hier oh jetzt wird es richtig interessant Seilspringen kann Ängste abbauen um herauszufinden ob sich Seilspringen auf die psychische Gesundheit auswirkt liest die Autor Ihnen einer Studie aus dem Jahr 2021 eine geteilte Gruppe von Freiwilligen sieben Sessions Seilspringen absolvieren wobei jede Session 2 Minuten dauerte gefolgt von einer Minute Ruhepause die Ergebnisse bei denen die Teilnehmer innen einen psychologischen Fragebogen ausfüllten einen Performance Test machten und sich Speichel und Urin Tests unterzogen zeigten dass Erwachsene die Seilspringen deutlich weniger Angstzustände aufwiesen und die Aufmerksamkeit Heizspanne und kognitiven Funktionen verbesserten Die Teilnehmer wiesen auch höhere Werte von 5 Hydro Oxytolesin Säure in ihrem Urin auf was auf einen Anstieg von Serotonin einem Neurotransmitter der Stimmung reguliert und Ängste abbaut hinweist Genial Wenn sich die Muskeln während einer Aktivität zusammenziehen wie zum Beispiel beim Seilspringen sind bestimmte Aminosäuren verzweigt Kettige die im Blut zirkulieren notwendig damit die Muskeln arbeiten können erklärt Elisabeth Lombardo Zugelassene klinische Psychologin und Autorin von Get Out of the Red Zone Transform Your Stress and Optimize True Success Diese Aminosäuren konkurrieren in der Regel mit Tryptophan der Vorstufe von Serotonin um die Blut Hirnschranke zu überwinden also um ins Gehirn zu gelangen erklärt sie Wenn also weniger diese Aminosäuren zur Verfügung stehen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dass Tryptophan aufgenommen wird was zu einem Anstieg von Serotonin im Gehirn führen kann Schlussfolgerung die Untersuchungen zeigen dass Heilspringen für eine Vielzahl von Menschen verschiedene gesundheitliche Vorteile bringen kann wenn dein Arzt oder deine Ärztin einverstanden ist solltest du bei deinem nächsten Workout ein paar Minuten Seilspringen einplanen ganz egal welche Ziele du verfolgst lade dir auch Neid naja gut ne auf jeden Fall immer Seilspringe einbauen also ich habe das Seilspringe für mich entdeckt ich finde es offen nur Weltklasse es hat so viele Vorteile wie wir jetzt wieder auch gelesen habe vor allem es ist so kleines Trainingsgerät es kostet wenig Geld du kannst überall mit hin du kannst überall trainieren allein das ist schon so ein riese 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 Vorteil sich kein Trainingsgerät kaufen zu müssen irgendwas riesen Teil Laufband oder sonst was in seinen Raum stellen zu missen sondern einfach nur so ein kleines Seil wo du vielleicht 10 Euro bezahlst und hast so geiles Ding wo du dein Leben lang mittrainieren kannst was ganz besseres gäbe erstmal einen Schluck Kaffee also ich kann dir das Seilspringe auf jeden Fall nahe lähe ich werde auch weiterhin mal Videos machen und das soll es erstmal jetzt gewesen sein mir hat es Spaß gemacht ein bisschen über Seilspringe zu babbeln danke für die Aufmerksamkeit und ciao